Das war unser Anraffler. Nein, noch nicht. Heute sind wir auf Expedition wieder im Odenwald unterwegs. Wir sind noch auf der Suche nach dem Startpunkt am Bahnhof in Höchst. Startschild der Tour am Sonntag im Hohen Wald. Heute gefunden. Und los geht's. Wir befinden uns heute Morgen beim Sonntagslauf wieder mit Nr. 1. Aufgeben, Qualitätswanderweg im Höchsten Odenwald auf 5,8 km. Der Name heißt der Tour durch die Schluchten ins Römerland. Also wir laufen die Tour rechts rum. Also kommen wir als erstes Richtung Panoramablick an Nelsbach. Schön kalt heute Morgen. Nach drei Kilometer kommt auch die Sonne heute Morgen raus. Und hier aus der Panoramablick auf. Von Nelsbach aus geht's schön gemütlich berghoch Richtung Köln's Villa. Das war die römische Villa Hattelburg. Das war die römische Villa Hattelburg. Jetzt geht's weiter Richtung Obrunschluft in Höchst. Beeindruckende Panoramablick heute Morgen im schönen Odenwald. Richtig! Im wunderschönen Odenwald H1. Gerade wollte ich noch sagen, die Tour ist gut geschildert. Aber vor 100m hatten wir wieder mal 50, 50 % und haben gewonnen. Weiter geht's. Auf der Tour H1 im Odenwald bei Höchst. Mit dem Ausblick heute Morgen. Wir haben ihn gerochen. Den Sauerbraten. Den Sauerbraten. Der kocht wahrscheinlich schon seit gestern. So geil riecht der Sauerbraten. Jeden Sonntag haben wir den Geruch von Sauerbraten. Auf 9 Uhr. Kilometer 10 ist durch. 290 Höhenmeter. Bis jetzt 350 hat der Rundweg heute. Und Sprint. Danke bei 3. 3. So. Kilometer 14. Bei der Oberfläche. Topf und Schluck in Höchst angekommen. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. . Auf Rätts openly. . Zwei Trieber schauen durch diesen hohlen Baumstamm. Einer von rechts, einer von links. Warum sehen sie sich nicht? Der andere schaut abends, der eine schaut morgens. Es ist vorbei an der Wille 13 im Lümmerland am Hauptbahnhof. Und Matthias, wie fandest du die Obbrunnschlucht? Obbrunnschlucht, ja. Wir sind durch. Obbrunnschlucht ist hinter uns. Jetzt geht es langsam zum Ziel. Zurück zum Bahnhof nach Früchst. Nein, noch nicht. So, wie immer, fast auf den letzten Metern unserer Sonntagstour wieder verlaufen. 86, jetzt ist er nicht rum. Stimmt nicht immer, ganz genau. Auf die Musik. So, das war heute wieder unser Sonntaglauf in Höchst im Hohlenwald. Matthias, wie fandst du die Tour durch die Schlucht ins Römerland? Ja, interessant. Das war mit den kleinen Korrenten. Ja, spektakulär. Die Schlucht. Schlucht war ziemlich lang, oder? Ausblick. Ja, Ausblick, Wahnsinn. Wahnsinnsausblick. Und wenn euch die Tour gefallen hat heute am Sonntag, dann lasst doch mal ein Like da. Und da unten im Eck seht ihr irgendein anderes Video, wo wir mal eine Tour im Hohlenwald oder im Spessart oder sonst wo gelaufen sind. Sind. Ciao. So. Finito.